So, da sind wir auch schon zurück bei DungeonsEach und heute geht es weiter in den Tempelruinen. Mal sehen, wie es heute so laufen wird. Ähm, ja, es gab bei mir gerade eben ein paar kleine Probleme. Ich hoffe, das wird aber nicht weiter auffallen oder zum Problem weiter werden. Ähm, ich habe noch eine Neuigkeit für euch. Ab jetzt wird es, alle Videos, die werden alle Folgen auf Full HD hochgeladen, wenn ich neue Folgen aufnehme. Bei DungeonsEach wird es leider nicht so sein, da es ein, wie gesagt, schon am Anfang ein sehr altes Spiel ist und nicht ein Full HD einfach geht, weil hier geht die, Moment, ich kann das ja mal kurz demonstrieren. Dann, einmal in die Option, Grafik, das ist die höchste Grafikeinstellung, ist super hoch und mir ist noch was aufgefallen. Wir können hier nochmal auf leicht wechseln, was ich nochmal machen werde, denn dann wird das Ganze vielleicht ein bisschen entspannter zugehen und ich kann auch mal etwas unkonzentrierter bei der Sache sein. Naja, also beim Spiel, beim Reden muss ich natürlich konzentriert sein, das wäre ja sonst etwas daneben. Ähm, so, ich muss noch hier was ausschalten, einen Moment bitte kurz, so, das war falsch. Äh, ich hoffe, das hat er nichts gemacht, eins, zwei, drei, so, mh, jetzt sollte es wieder richtig sein. Und da legen wir auch direkt los, was haben wir denn hier schönes, ach ja, genau, die Bots. Ähm, kommt ihr her, bleibt ihr da, ich sehe gerade nichts. Ich weiß gar nicht, wie stark das jetzt so wird, können noch mal gucken, aber eigentlich, ja, es sollte aber leicht bleiben. Auch wenn wir jetzt demnächst dann speichern werden, sollte es demnächst wieder leicht zugehen. Wir könnten ja mal was austesten, wobei, nö, wir machen jetzt einfach weiter. Ja, keine Lust zu testen, großartig, wir machen jetzt hier weiter. Ich glaube, es macht sich schon bemerkbar, dass wir auf leicht gestellt haben, denn wenn man die letzte Folge gesehen hat, dann weiß man, dass das viel, viel, viel härter gewesen ist. Das sollte auf jeden Fall was ausgemacht haben. Das freut mich doch. Dann können wir jetzt auch endlich hier mal ein bisschen mehr aushalten. Mal richtig schön draufgehen hier. Gefällt mir. Ja, ich mit der Bildschirmauflösung, das hat sich jetzt so ergeben, da ich jetzt einen neuen Bildschirm habe, der etwas größer ist als der letzte, und folglich wird das gehen. Und am Wochenende, jetzt das kommende, werde ich mit wahrscheinlich Blackhawk etwas Neues starten. Lasst euch überraschen. Hier einen schönen Ofen mal zerfleddern. Ist der Dingens irgendwie aus oder so? Eigentlich müssten die doch verfolgen. Was hatten wir hier eigentlich noch so? Ach, Finsterling hatten wir genau. Das war das, was wir noch uns geholt hatten. So, hier einmal die Kisten öffnen. Wir haben unsere schöne Keule hier noch. Kettenpanzer, Gesundheitstrank, das gucken wir uns so gleich an. Verteidigung 100. Sechs Rüstungspunkte werden dazu gefügt. 116. Das ist doch mal was. Dann könnten wir das eigentlich rauspacken. So. Ah ja, genau, die dicken Gesundheitstränke hier. Da haben wir schon gut was verschaffelt, ey. So. Dann können wir, glaube ich, jetzt auch weitermachen hier. Wo geht's denn jetzt hier lang? Ja, aber irgendwie... Irgendwie was. Aber wir gehen jetzt mal hier lang. Zu den Goblins. Mal sehen, wie weit ich heute kommen werde. Ich habe im Moment sehr viel zu tun. Ein Blechfass, okay. Oha. Das wird aber weh. No, was haben wir denn da noch? Gobot, Feuerteufel. Da macht das doch schon viel mehr Spaß. Das Ganze. Mana-Kanal brauchen wir nicht mehr. Ja, Kutte brauchen wir auch nicht. Das ist mal nicht nur Verteidigung 5 oder so. Kommen wir mal den Feuerteufel. Den erledigen wir mal. Oha, ein paar Goblins. Ein Gewand. Das hatte man eigentlich schon mehr. Brauchen wir auch nicht. Haben wir mal nicht auch noch. Wo war denn hier? Mhm. Ein Schocker. Jetzt sind wir mal geschockt. Klingenbewährter Stab. Blitzschleuder. Knorriger Stab. Oh, da haben wir... Ein bisschen Spaß gerade gehabt. Oh, da ist jetzt voll. Knorriger Stab. Haben wir denn hier schon noch für tolle Bögen? Munition. Brennstoff. Ja, das ist ja toll. Was hat die denn jetzt für einen Bogen? Die hat, glaube ich, einen besseren, ne? Ja. Sieht so aus. Ah, und die kann er jetzt anziehen hier. Das Zauberbuch. Ööö. Stab der Härte. Drohgroßschwert. Achso, das muss sie irgendwann nehmen. Oder auch nicht. Oh ne, das war nicht so gut. Zwölf. Ja, okay. Das ist ganz gut. Gut. Ähm, ja. Drehen wir einmal. Aha, das ist das hier. Ja, da gehen wir einfach mal so drauf. Das sollte passen. Das sollte auch passen. Achso, ja, vielleicht mal angreifen. Das wäre auch nicht schlecht. So. Nochmal ein klingbewerter Stab. Ich sammle einfach alles schön auf. So. Ach, das war's schon. Ja, äh, ich muss mal überlegen. Ich glaube, es sind noch, äh, zwei weitere Gebiete. Ich weiß nicht, ob nur zwei. Ähm, bis das Spiel vorbei ist. Krass. Krassiger, kleiner Rundschritt brauchen wir nicht. Das muss man eigentlich gar nicht machen. Das interessiert gar nicht. Ähm, ich meine, es sind noch zwei oder drei Gebiete, die wir noch durchlaufen müssen. Und, dann hat das Ganze leider ein Ende. Na ja, sind wir schon bei, weiß ich gar nicht, mittlerweile fast 50 Folgen. Das reicht ja dann auch irgendwann einmal. Zwei Schocker hier. Mal noch mal zwei Öfen. Kann der jetzt hier eigentlich an. Der kann die noch nicht nehmen. Das ist der gleiche. Äh, ja, dann greif die auch mal an. Das wäre ganz sinnvoll. Achso, ne, den wollte ich nicht auswählen. Sondern nur so. Und da geht's jetzt runter. Der erste Ofen. Warum bleiben die denn immer so weit hinten? Das ist ja mal eine gute Frage. Ach, der ist schon hier. Wo ist sie denn? Na, sie ist noch weit hinten. Hm, wo sind wir denn jetzt hier? Ja, kommt ihr mal her, ja. Ähm, ja, genau. Wo wir uns noch ein bisschen Hilfe hier haben. Sprenger. Äh, schuppende Lederhandschuhe. Schuppende Lederhandschuhe. Die kümmern sich da hinten drum. Ich glaube, ich muss mich mal um den hier kümmern. Guck mal, ob das was hilft. Hm, okay, nicht viel. Jägerbärlatschen. Oha. Ui. Verteidigung 23. Gefügt 26 Wanderpunkte hinzu. Oh, cool. Da sind wir ordentliche Stiefel. Ordentliche Latschen und so. 14. Mhm. Äh, den einen können wir jetzt übrigens wegwerfen. Mhm. Gut. Ah, der kann die jetzt hier auch nehmen. Dann können wir das eine rausschmeißen. Äh, ist das der gleiche? Ich glaube, das ist ein schlechterer. Den tun wir mal raus. So, und weiter jetzt. Hier einmal Kisten sprengen. Jede Menge Gold. Ne, ich könnte mir auch vor allen Dingen vorstellen, wenn ich jetzt weiter auf normal gespielt hätte, dass das bei den Furien, äh, ja, ich weiß gar nicht mehr wie die genau, irgendwas mit Furie, ähm, dass das sehr hart gewonnen wäre, weil, ähm, ja, das werdet ihr dann ja sehen. Da warte ich jetzt einfach noch mit. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Mhm. Die laufen irgendwie immer so komisch. Ach, das war's schon. Da haben wir so einen Flammenwerfer. Einen Feuerteufel. Er hat ein Schild. Einmal die ganzen Bots hier. So, das geht jetzt ganz leicht. Einmal Runde heilen. Eigentlich total unnötig. Was soll's. Das Herdenschild will ich mir, glaube ich, noch angucken. Wobei, eigentlich kenne ich das ja. Das ist langweilig, meine ich. Oder? Ich guck einfach mal. Verteidigung 5. Ich hab mittlerweile 25. Ne. 24. Hm. Hm. Gut. Komm, ich lass sie mal hier so ein bisschen Geschicklichkeit üben. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Eine Kiste. Kopter. Ja, du kannst auch mitmachen. Du kannst da auch mitmachen. Oha, was war denn das? Ah, doch, ich verstehe. Hm. So. Die müssen mich mal ein bisschen an Geschicklichkeit hier gewinnen. Äh. Der wirft die Bomben irgendwie ein bisschen zu weit nach hinten. Ah, ich glaub, die kommen hinterher. Oder? Schaffen die's? Ich glaub, ich sollte die mal ein bisschen so an den Rand schicken. Aber jetzt macht der auch noch mit. Meinetwegen. Ach, das war's schon. Ähm. Ja, was haben wir denn jetzt hier überhaupt noch? Geschicklichkeit 17, 19. Wir brauchen 22. Die 27. Mein Gott, haben wir hier viel Kram, oder? Ich glaub, mit der mach ich eh auch mal eine Stärke-Tour. Und damit die auch mal ein bisschen weiterkommt. Ähm. Damit wir hier auch mal den Kram rausbekommen. So. Äh. Ja, und die brauchen die Bögen eigentlich nicht. Die sind ja schon ganz ordentlich, die, die die haben. Und die sind einfach nur langweilig. Deswegen tue ich die jetzt mal raus. Das übergebe ich jetzt mal hier. Die Schuhe lass ich natürlich drin. Aber ich geh jetzt mal mit 1, 2, 3 den beiden voraus. Die hat noch diesen schönen... Ah, das ist das. Aua. Na, kommt da. Die sind ja langweilig. Oh, was haben wir denn da wieder? Proxo. Wollen wir da noch rein? Oder warum gibt's hier so komische Geräusche? Lohan hat an Geschicklichkeit gewonnen. Ja, ist jetzt auch egal. Weil. Ja, das ist ja langweilig. inc